Willkommen im Musikzimmer wieder mit Johannes und diesmal spielen wir für euch das Monsterlied. Wir musizieren auf Pushbells und Boomwakers und es wäre eigentlich praktisch, wenn jetzt noch jemand im Musikzimmer sitzen würde, aber wir sind zur Zeit und Johannes zeigt euch mal vor, wie es klingt, wenn man zwei Hände mehr für die Boomwakers hat und das wäre jetzt alles ich übernehmen, sonst könnte das das zweite Kind machen und der Johannes spielt immer Einwürfe auf den Pushbells und die klingen so. Wir singen jetzt einfach, weil dann klappt es bestimmt. Und wer es kennt, singt mit. 1, 2, 3, 4 Manchmal wohnt ein Monster in mir Ich kann doch eigentlich gar nichts dafür Sagst du was Falsches zu mir, sagt das Monster zu dir Blah, 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 blah Manchmal wohnt ein Monster in mir Ich kann doch eigentlich gar nichts dafür Sagst du was Falsches zu mir, sagt das Monster zu dir Blah, 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 blah Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal im Musikkümmern.